Heute gibt es eine weitere Folge zum Supermarket Simulator, den ich mit viel Hingabe spiele zurzeit. Also ich spiele nicht viele Spiele ernsthaft, aber das gehört definitiv dazu. Über 70 Stunden schon rein investiert. Ich spiele das Ganze übrigens bei Twitch. Ihr könnt mir gerne zuschauen. Abonniert mich dort mal oder folgt mir dort oder wie das auch immer heißt. Kenne mich bei Twitch nicht so aus, wenn euch dieses kommentarlose Gameplay dort interessiert. Und ich erkläre euch heute mal so einen Tag im Supermarket Simulator. Das ist glaube ich schon die dritte Folge, die ich zu dem Spiel mache. Nur es hat sich wahnsinnig viel getan in der Zeit seit der letzten Folge. Und deswegen erkläre ich euch heute mal so einen Tagesablauf im Supermarket Simulator. Zum einen kann man den jetzt anpassen, also den Namen. Das ist schon mal toll. Dann habe ich hier ein Lager. Ich zeige euch das alles bei Tageslicht, weil im Lager ist es nämlich dunkel. Ja, wir haben hier drei Selbstscan-Kassen. Wie ihr aus den vorherigen Folgen wisst, gibt es auch ganz normale Kassen. Man kann Kassierer anstellen. Ich zeige euch das mal. So sieht ein Kassenschalter aus. Den gibt es auch gespiegelt, also andersrum. Da arbeitet eine Person dahinter. Entweder können wir selber kassieren oder wir können Menschen einstellen, die für uns kassieren. Ich habe aber alle Kassierer rausgeschmissen und komplett auf Selbstbedienung umgestellt. Was wir wiederum dringend brauchen, das sind die Auffüller. Davon habe ich vier Stück. Ihr seht hier so die Stats. Hier kann man ein bisschen einstellen, was die machen. Also die können unter Umständen auch unbeschriftete Regale verwenden, wenn wir das wollen. Aber ich will das auf gar keinen Fall. Das gibt nur Chaos. Aber arbeiten sollen sie alle. Wir können auch einstellen, dass die Arbeit vorübergehend ruht, falls wir was umbauen wollen am Supermarkt oder ähnliches. Das sind die vier Auffüller. Die arbeiten unermüdlich. Die stehen hier, wenn sie was aufzufüllen haben. Im Moment ist das nicht der Fall, weil es ist spät abends. Es ist alles aufgefüllt, hoffe ich zumindest. Ja, und ich habe seit den letzten Spielen mehrfach neu angefangen. Und das ist jetzt mein derzeitiger Markt. Der bleibt auch vorerst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Erstmal zeige ich euch mein Sortiment. Also wir haben hier Nudeln, praktischerweise direkt nebeneinander. Spaghetti, Mehl, Öl. Das ist so das Grundnahrungsmittelregal. Dann geht es hier weiter mit Kaffee, Tee, Brot, Honey, Bees, Chuck Pig, Cerealien, Crispy Chibi Cerealien. Also verschiedene Produkte der gleichen Bauart. Drei Arten von Müsli oder was auch immer hier nebeneinander. Dann haben wir den Bereich Salz, Puderzucker, Basmati Reis, haltbare Milch im Sixpack, Schokolade und Gummibärchen. Dann gibt es den Bereich Bleichmittel, Spülmittel für die Spülmaschine, Handwaschmittel, also Seife, Shampoo, Reiniger, Universalreiniger, Toilettenpapier. Und seit neuestem gibt es hier Fassbier, Bier im Sechserpack, Wodka, da drüben haben wir noch ein bisschen Honig und eine andere Art Puderzucker. Muss man überlegen, wie ich das vielleicht zusammenbaue bei nächster Gelegenheit. Außerdem zweierlei Kuchen, Kartoffeln, Erdnussbutter und Chips. In der Tiefkühltruhe, in der bisher einzigen, haben wir Pizza, Huhn und Pommes. Dann kommen wir zu den Kühlschränken. Käse, Milch, Eier im 10er Paket oder 8er Paket viel mehr. Wasser, Joghurt, Apfelsaft. Dann geht es hier weiter, bisschen eng der Gang mit Turco Cola, mit normaler Soda Cola, mit Soda Sepp, Orangensaft, Parmesan und Mozzarella. Die Käsesorten sollte ich vielleicht auch mal noch zusammenbringen irgendwann. Dann haben wir Fertiggerichte, nämlich das hier, hab vergessen was das ist. Na irgendein Fertiggericht halt. Da gibt es noch ein zweites, Musaka, das finden wir hier. Und außerdem gibt es Fisch, das ist glaube ich so Lachs oder was. Kleines Sushi, großes Sushi, Bier in der Flasche, gelb und grün oder blond und grün oder wie auch immer. Dann haben wir links Thunfisch, kleine Eier im 4er Pak, Butter, Hummus und im vorderen Kühlschrank eben irgendwelche Rippchen. Ich hab vergessen was das genau für Fleisch sein soll und Steak. Das ist so das derzeitige Sortiment. Ja und der Tagesablauf ist so. Der Laden ist jetzt geschlossen. Ich drücke auf Enter. Krieg hier eine Statistik vom letzten Tag. Starte den neuen Tag und muss hier erstmal Preise anpassen. Also beim Parmesan hat sich was verändert. Da ist der Preis nach oben gegangen. Das passen wir natürlich sofort an. Parmesan, der aktuelle Marktpreis 5,62. Dann würde ich hier mal erhöhen auf 5,69. Ja. Und jetzt wo hier die Ware aufgefüllt ist und der neue Tag begonnen hat, gilt es für mich als Marktleiter Ware nachzubestellen. Wir brauchen einmal Puderzucker, 3 Olivenöl, 3 Spaghetti, unter Produkte finden wir das, 3 Spaghetti, 3 Olivenöl, einmal Puderzucker, in den Warenkorb legen und dann bestellen. Hier haben wir die Gesamtübersicht. Mehr wie 10 Produkte können wir nicht bestellen. Und das mache ich jetzt hier einmal Reihe um. Weiter geht es mit dem roten Mehl. 1-2 mal rotes Mehl, 2-2 mal Schokolade, Butter ist noch genug da, 2 rotes Mehl, 2 Schokolade, 3 Turco-Cola, 2 Schokolade, 2 Schokolade, 3 Turco-Cola, 4 Schokolade, weiter geht es mit normaler Cola. ich glaube da oben kann ein Karton hin und da unten wahrscheinlich auch. Irgendwie kann man sich glaube ich auch bücken, aber ich habe ehrlich gesagt vergessen wie. Crouch, nee das geht alles nicht. Na gut gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Zwei normale Cola, einmal Soda, einmal O-Saft. So dann, ich kann es nicht richtig erkennen. Je voller das Lager wird, umso schwieriger wird es zu erkennen, welche Ware fehlt. Ich denke mal einmal Handseife brauchen wir. Einmal Handseife, zwei Puderzucker, ein Honig. Na, ich hoffe ich habe jetzt nicht das falsche gekauft. Ne, ein Honig wäre es gewesen und zwei Puderzucker und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr was ich bestellt habe. Oh je. Ja egal, dann bleibt halt was übrig. Einmal Pizza, drei Kaffee, zwei Tee. Diesmal stimmt die Bestellung. Ihr merkt, das ist alles nicht ganz billig, also man muss auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben. Das passt. So, dann braucht es vier gelbes Müsli. Vier gelbes Müsli, drei Milch, ein Apfel. Vier gelbes Müsli, drei Milch, ein Apfelsaft. Das ist so das Wichtigste für mich. Eigentlich das einzige was ich hier arbeite im Laden. Ich mache die Bestellung morgens. Wir brauchen einmal Parmesan, zwei Thunfisch, ein Parmesan, zwei Thunfisch, drei und ein Kuchen. Ah, ich glaube zwei waren es, ne. Ah, schon wieder vergessen. Also zwei Thunfisch sollten reichen, genau. Drei und ein Kuchen und Käse. Einmal Wasser. Das ist hier rechts. Dann brauchen wir rote Nudeln. Nicht. Zwei Brot, vier Bleichmittel, vier Klopapier. Und dadurch, dass das Regal leer war, kann es, äh, dadurch dass es hier leer war, kann es sein, dass das Regal nicht komplett aufgefüllt ist. Sieht aber gut aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben das Huhn übersprungen. Ne, da ist genug da. Also das läuft. Äh, ich mache noch schnell die Bestellung fertig. Dann sage ich mal was zu diesen Trägern hier, die übrigens selbstständig die Kisten von vor dem Laden in die Regale räumen. Das ist ein relativ neues Feature. Hier steht noch Moussaka rum, weil das Regal voll ist. Einräumen können die natürlich schon immer. Hier steht auch noch Moussaka rum. Aber die Kisten selbstständig in die Regale räumen. Das ist neu. Da wollte ich euch mal darauf hinweisen. Einmal Pommes. Einmal Pommes. Dreimal Wodka. Zwei Fassbier. Alkohol ist ziemlich teuer, wie ihr hier seht. Im Einkauf. Im Einkauf. Aber bringt dann natürlich auch viel im Verkauf. So, die Sixpacks, da sind noch genug da. Dann haben wir dieses Fertiggericht, wo wir eins brauchen. Und das ist nicht Moussaka. Also einmal Fertiggericht, zweimal Lachs. Einmal kleines Sushi. Sushi klein. Jakobs Muschelgratin. Einmal. Und eben zweimal Lachs. Vom großen Sushi eins. Ein großes Sushi. Hummus ist noch reichlich da. Bier auch. Ein großes Sushi und zwei Fleisch. Jeweils. Aber Kalbskotelett ist das übrigens. Zweimal Kalbskotelett, zweimal Steak. Ziemlich teuer das Vergnügen. Ihr seht von den 31 oder was mehr. 1000 Euro ist nicht mehr viel übrig. Meine Helfer verräumen das. Und jetzt gucken wir nochmal in den Computer kurz rein. Der Bereich Verwaltung. Denn hier sind jeden Tag Rechnungen zu bezahlen. Das erledige ich auch am liebsten täglich. Und das war es für mich mit Arbeiten. Ich könnte jetzt natürlich meinen Trägern helfen die Regale aufzufüllen. Bin da aber viel zu faul für. Und meistens reicht das auch wenn die Träger die Regale nachfüllen. Ab und zu bestelle ich nochmal was zwischendurch. Aber alles in allem kann man sagen. So der Tag läuft jetzt. Jetzt wird Geld verdient. Der Laden ist geöffnet. Die Kunden strömen gleich rein. Und ich werde mich jetzt auch ein bisschen zurücknehmen. Hier mit dem Kommentar. Guckt euch das selber an. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Die Kunden kaufen ein. Bezahlen selbstständig an der Kasse. Und sobald die Regale leer werden. Fangen meine Auffüller an zu arbeiten. Das sind übrigens Vierlinge hier. Bin sehr stolz, dass die alle vier in meinem Laden arbeiten. Hier kommen gerade zwei Zwillinge einkaufen. Also ihr merkt schon. Das Spiel wird übrigens von einer Person entwickelt. Das ist noch ausbaufähig in vielerlei Hinsicht. Aber irgendwie finde ich es spannend, was der Entwickler hier gemacht hat. Die Community wollte Auffüller. Die Community hat Auffüller bekommen. Dann wollte die Community, dass die selbstständig Pakete einräumen können in die Lagerregale. Das Ganze muss man hier natürlich auch organisieren. Das heißt, man braucht genug Platz. Man muss genau sagen, welches Produkt ist an welchem Ort. Damit die Auffüller das alles checken. Das ist auch unter anderem der Grund, warum ich nochmal neu angefangen habe. Sowas hier kommt leider auch vor. Da ist also eine Überbestellung. Und jetzt hat er das Paket in der Hand und weigert sich weiter zu bearbeiten. Es geht hier um Moussaka. Jetzt nehme ich mal ein Paket aus dem Regal. Jetzt stellt er sein Paket im Idealfall ins Regal. Oder er lässt es fallen. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt hin ist. Auf jeden Fall arbeitet er jetzt wieder weiter. Jawoll, da ist er. Ah, der ist vorne rumgelaufen. Der arbeitet jetzt weiter, stellt alles wieder ins Regal rein. Das ist super. Aber es kann auch sein, dass die sich irgendwann die Kartons hier wieder schnappen. Und dann wieder untätig draußen rum stehen. Da muss man halt ab und zu mal nach dem Rechten sehen. Und wie gesagt, ansonsten lasse ich euch jetzt mal gerne so mit dem Tag hier alleine. Ihr seht im Hintergrund, wie die Waren aufgefüllt werden. Gleichzeitig kassieren sich die Kunden hier selber ab. Hähnchen wurde nicht gefunden. Ja, Pech gehabt. Da war gerade eine kurze Auffülllücke. So, die Hähnchen gehen super. Ja, es passt nicht viel in Karton bzw. in die Regale rein. Also ich bestelle jetzt zweimal Hähnchen. So ähnlich ist das mit den Kartoffeln. Zweimal Hähnchen, Bleichmittel, Klopapier, Fassbier. Alles so ein bisschen auf Vorrat. Weil das halt Produkte sind, die im Lauf des Tages ausgehen können. Das möchte ich gerne vermeiden. Ab 20 Uhr, nee, ab 21 Uhr können wir übrigens nichts mehr bestellen. Deswegen ist es sinnvoll, da ab und zu mal nach dem Rechten zu sehen. So, die anderen Produkte, davon ist eigentlich immer genug im Lager. Da kommen wir nicht in die Situation, dass da irgendwas ausgeht. Das heißt, das kann ich am nächsten Tag dann ganz normal bestellen. In so eine Kassenschlange passen übrigens maximal 5 Leute rein. Ja, die stehen jetzt halt hier im Laden rum, aber das stört auch nicht. Die anderen Kunden gehen einfach durch. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die Auffüller nachts auffüllen lasst oder am nächsten Morgen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ihr könnt den Auffüllern auch helfen, wenn euch das zu lange dauert. Der Supermarkt wird immer größer. Wir können maximal vier Auffüller einstellen. Vielleicht müssen wir denen sogar irgendwann helfen. Im Moment genieße ich diese Verkaufsphasen, wo ich einfach untätig am Rechner sitze und den Kunden beim sich selber abkassieren zuschreue. Also, das gefällt mir hier gut mit der KI und alles, wie das so funktioniert. Ihr merkt, wir haben eine Menge Geld ausgegeben im Einkauf. Wir kriegen das Geld aber auch wieder rein. Machen in der Regel auch einen gewissen Gewinn, sodass wir letztendlich unseren Laden auch irgendwann wieder erweitern können. Ihr merkt, draußen wird es immer dunkler. Das gilt auch für den Laden. Deswegen Licht an. Sonst stehen die nämlich irgendwann komplett im Dunkeln hier. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, und dann war es das eigentlich von meiner Seite her schon wieder. Ich wollte euch nur mal so auf den neuesten Stand bringen, was dieses Spiel hier angeht. Wollt darauf hinweisen, dass ich das relativ regelmäßig spiele. Sogar live bei Twitch, falls ihr mir mal zusehen wollt. Alles verlinkt unten in der Videobeschreibung. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder und Like, wenn es euch gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr zeitnah und kostenlos über neue Videos von meiner Wenigkeit informiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Morgen geht es wieder von vorne los. Um 9 Uhr wird der Laden geschlossen. Es dauert noch eine Weile, bis der letzte Kunde raus ist. Und morgen passen wir wieder Preise an und es geht alles wieder von vorne los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.